Hallo Freunde, grüß Gott und herzlich willkommen hier zu einem kurzen Update, nämlich es sind neue Ingame-Bilder erschienen, Freunde, aus dem LS19 und zwar sieht man da hier Aufgaben, zum Beispiel man sieht das neue Interface, man sieht, dass das Ganze sogar aus der PC-Version stammen soll und das Ganze zu finden auf GameStar, Freunde. Ich muss gestehen, ich bin überrascht, ich bin überrascht erstens wie modern das neue Interface wirkt, ich bin gleichzeitig auch überrascht wie wunderschön die Grafik ist, also mir gefällt dieses Bild mit dem John Deere, mit diesem Überladewagen und dem ist es am Messie vergessen, schlag mich tot, Drescher, ich scheine so zu sein, ich hoffe es, extremst gut, wirklich extremst gut, weil ich hier durchaus sehen kann, die Spiegelungen und Schatten und so weiter, schaut echt geil aus, muss ich echt gestehen, gefällt mir gut, das ganze Interface wirkt sehr, sehr modern, sehr, sehr steril, vor allen Dingen und was ich am coolsten finde bei diesem Bild ist, es ist nicht im Weg, das ist was, was ich persönlich sehr schön finde, weil ich auch gehört habe, dass man die Interface so anpassen lassen möchte und dass man dementsprechend hier, dass man dementsprechend es so wählen kann, dass man das wirklich nicht störend machen kann. Vielleicht kann man nur diverse Teile ausblenden, einzeln zum Beispiel die Map oder so, wie man es schon bis jetzt machen hat können und dann gefällt mir das persönlich schon sehr gut. Ihr dürft gerne schreiben Freunde, was ihr von diesen Bildern haltet, ich werde natürlich auch den Link hier rein posten zur Seite GameStar, kennen sie alle, hier gibt es diesen Bericht über diese quasi neue ersten Ingame-Bilder mit Interface, so heißt das Ganze und dann gibt es neben diesen neuen Bildern, die man hier sieht, auch noch die alten Bilder, die man schon kennt, die ja auch in Ingame-Grafik zu sehen, also optisch wirklich, wirklich wunderschön, da bin ich sehr gespannt und lang dauert es ja jetzt nicht mehr, bis der LS19 erscheint. Schreibt es mir unten in die Kommentare, wie euch das Ganze gefällt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder, wenn es wieder was Spannendes gibt aus der Welt, rund um den Landwirtschaftssimulator.